Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM-Production-Kanal. Heute nur mit meiner Stimme, denn du wirst es schon hören. Ich bin etwas angeschlagen und traue mich deshalb heute nicht vor die Kamera, aber ich will euch dieses Video trotzdem nicht vorenthalten. Und um was geht es in diesem Video? In diesem Video geht es um das, was ich hier gerade auch schon mache, und zwar um Screen Capturing. Viele Screen Captures sehen meiner Meinung nach grauenvoll aus, das ist viel zu unaufgeräumt. Hier oben ist diese Leiste eingeblendet, man sieht kaum was, weil der Text zu klein ist. Und das sind auch letzten Endes auch die zwei Punkte, die ich dir heute erklären will, die ich dir heute zeigen will. Wie kannst du den Text vergrößern, damit er ordentlich zu sehen ist auf dem Screen Capturing? Gerade wenn sich Leute das auf YouTube zum Beispiel über ein Smartphone oder so angucken, dass der Text dann eben noch gut lesbar ist, wie in diesem Fall, und dass wir hier so ein bisschen aufräumen und diese Leiste da oben ausblenden und so eben nur den Website-Inhalt sehen und auch nicht unsere ganzen Links und was weiß ich was, was wir da oben noch gegebenenfalls drin haben. Starten wir mit der Größe des Textes. Dazu gehen wir einmal hier rüber und zwar auf den Apfel oben links und die Systemeinstellungen. Unter den Systemeinstellungen dann auf Monitore und da wird in dem Fall jetzt nur mein MacBook-Monitor eingeblendet und ihr seht es hier schon, wir können hier die Textgröße einstellen. Normalerweise bin ich hier ein bisschen kleiner als Standard, aber für Screen Capturing gehe ich dann hier auf den größeren Text, manchmal auch den zweiten hier, aber normalerweise auf den ganz großen Text. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann sieht man auch hier, der Text ist viel, viel größer und ich kann mal gerade zum Vergleich einfach hier für auf mehr Fläche gehen, das heißt, der Text wird kleiner und wenn wir jetzt hier rüber swipen, dann sehen wir schon, das ist ein ganz anderes Erlebnis und vielleicht ganz cool, wenn man hier als Einzelperson vor dem Rechner sitzt, aber nicht cool, wenn man das Ganze dann zeigen möchte. Deshalb gehe ich jetzt hier wieder zurück und jetzt haben wir auch hier wieder den großen Text, den man eben auch am kleinen Bildschirm gut erkennen könnte. Jetzt noch zum zweiten Punkt und zwar, dass diese Leiste uns hier oben nur eingeblendet wird, wenn wir wirklich hochgehen, das heißt, während unserem Screen Capturing ist diese Leiste sozusagen eingefahren und das erreichen wir, indem wir in die Darstellung gehen und hier auf den ersten Punkt gehen. Symbolleiste immer im Vollbildmodus anzeigen. In dem Fall aktiviere ich es so und ihr könnt es eben, indem ihr hier den Haken wegsetzt, sozusagen deaktivieren und dann fährt die Symbolleiste da oben ein und ihr habt hier den kompletten Screen und könnt den gut aufnehmen. Ich hoffe, dir hat das geholfen und du kannst in Zukunft jetzt ansprechendere Screen Captures machen für deinen YouTube-Kanal, für deine Online-Kurse, wie auch immer. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass es dir gefallen hat, dass es dir geholfen hat und lass auch gerne ein Abo da, wenn ich dir auch in Zukunft helfen kann, deine Videos zu verbessern und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!